Ich bin wieder da, ich bin wieder da Lalalalalalalalalala Bin wieder da Lalalalalalalala Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde Da bin ich wieder, wir sind wieder hier mit dabei In der neuen Welt, die ich jetzt komplett nachgebaut habe Einige von euch werden sich fragen, hä? Hier hat sich aber einiges verändert Hier im Manilersilisch ist Bücherregale Und hier unten sieht es auch ein bisschen anders aus Ah, ja, hab ich die Lichter vergessen, siehst du mal Ah, ich hab die Brüste gerade ausgezogen, habt Ähm, auch hier, da sieht alles ein bisschen anders aus als vorher Das liegt daran, dass ich natürlich nicht alles 100%ig nachbauen konnte, wie es war Deswegen habe ich das meiste versucht, zu ähnlichen möglich zu halten Auch wie man sieht, hier, man kann hier wieder runtergehen Aber es ist halt nicht genau dasselbe Hier haben wir jetzt Oh, das ist nicht ganz schnell reingewachsen Ja, wie gesagt, das sieht nicht ganz aus wie vorher Aber das wird sich alles erklären Aber das mache nicht ich jetzt, sondern das macht Folge 600 In Folge 600 wird es danach einiges zu berichten geben So, jetzt sag ich erst mal hier Also hier habe ich jetzt, wie sieht es so aus hier Hier habe ich erst mal ein Geländer reingebastelt Und dann haben wir jetzt hier Halt noch, äh, das was fehlt Ja, und ansonsten Problem ist halt, wir haben jetzt nicht mehr Die Items, die wir hatten, als wir aufgehört haben Aber ich habe noch ein paar Items aus dem alten Speicherstand So Und die holen wir auch so gleich mal Denn wir wollen uns ja hier nicht unbewaffnet durch die Gegend schlagen Während die Monster an sind Haha Witzig Ja, also wie gesagt Wir sind jetzt hier in dem alten Speicherstand Äh, es gibt Einige Veränderungen Alles später Ich erkläre jetzt nicht extra Weil das würde sie So sich dann doppeln Dann müsst ihr euch bis Folge 600 Da gedulden noch Oh, das ist ja bald So, und zwar habe ich hier, seht ihr Die Amann-Spitzhacke Effizienz 4 Haltbarkeit Nice Nehmen wir mit Eine Schaufel mit Glück Effizienz und Haltbarkeit Nehmen wir mit Eine Spitzhacke mit Effizienz Bewusstseinheit und Haltbarkeit Nehmen wir mit Und ein Schwert Ein ganz normales Diamantschwert Nehmen wir auch mit Holz Stein 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 Einmal Das war so das Inventar, was ich hatte Nehmen wir natürlich auch mit Und dann begeben wir uns mal nach hier unten So Ich zeige trotzdem alles mal alle Veränderungen Also hier steht jetzt dieser Baum Den wir hatten Den habe ich hier hergestellt Und habe da oben mal vier Schwarzeichen Oh, ja, Monster Ne Hab da oben mal vier Schwarzeichenblätter mit Dinger mit reingepackt Weil wir hatten die Bäume ja da hinten Eigentlich stehen Aber da steht ja jetzt Hat sich auch ein bisschen was verändert Hier, das stand alles noch In der alten Kopie Hier hinten sieht es nicht mehr ganz so aus Wie vorher Hier sind jetzt keine Bäume mehr Ist aber auch egal Siehst du, hat sich das jetzt verändert Hier Ah, das sieht wieder so aus wie vorher Oder Doch, das sieht wieder so aus wie vorher Das habe ich nicht gemacht Siehst du mal Nein Und Folge 500 fehlt dir noch als Schild Wir haben aber gerade noch keins Ja doch, wir haben Aber Moment So Moment Das machen wir natürlich gleich Ja, ich bin wieder zurück Nach ewig langer Pause Und Oh, ich freue mich so endlich wieder Da zu sein Und hier wieder was machen zu können 500 Folgen Das Ende 600 Folgen Folgen So Das war eigentlich noch nicht was das wird Aber es wird auf jeden Fall was cooles Was wir noch nicht hatten In dem ich gar nicht so viel machen muss Ich muss aber sagen Dass ich das Bild ja auch mega nice finde Ähm Ich bin da sowieso so ein Anime-Fan Da passt das Ähm Wir haben jetzt hier hinten Kein Dings mehr Ihr seht Ich habe Vor allem habe ich vergessen Ah ne Hier geht es jetzt hier runter Gell Süßt ihr da ist normal Oder so wieder Und das hier hat sich natürlich Jetzt ein bisschen verändert Das habe ich jetzt gleich mal Ein bisschen schön gestaltet Hier Habe ich mir gedacht Das passt doch ganz cool Ich selber mal so Hey Ich selber mal so ein paar Steine Das sieht auch ganz nice aus Ja hier habe ich Hier habe ich hier einfach mal Ein bisschen verändert Wir werden das ja auch nicht größer machen Sechs reichen uns locker Hier hinten steht jetzt noch So ein bisschen zu Zeug hier rum Den Ofen haben wir hier noch Also nichts besonderes Ich habe auch noch gar nicht geschaut Was die mir anbieten Hallo Siehst du mal Der gibt mir Ende Augen Wow Sag mal das Problem Dass ich das hier Nicht zu weit weg gemacht habe Ja das muss man noch ausbessern Oder das wird schon Das kann ich ja dann ausbessern Das ist kein Problem Der gibt mir einen Eisenbrustpanzer Brauche ich jetzt aber auch nicht Aber eben weil das hat sich verändert Wenn jetzt die größte Veränderung Vielleicht ist schon einer Wobeigehen gesehen Ich habe hier keine Fackeln gemacht Das ist auch eine Veränderung Andererseits gibt es auch hier Guck mal hier Keine ganzen Kisten mehr Die alles blockieren Nichts mehr Was mich irgendwie Dazu bewegen müsste Hier alles aufzuräumen Weil alles aufgeräumt ist Fackeln haben wir trotzdem keine Ich bin ein Creeper ohne Ende Alter Boah Krass Alter Schwede Ja genau Komm Mach Platten Aua Mach Platten Das funktioniert noch nicht ganz Hilfe Jetzt aber Ja Nee So wird das nichts Jetzt aber stehen Hier dummen Viecher Hihi Ja Okay Nein Ich meine Schafe Aua Ich meine Schafe So ich muss auch mal so sichern Ah jetzt auch Jetzt killt er die Ich kill das aber auf jeden Fall Aber Genau Die killt es jetzt schön Ich bin jetzt hochgegangen Ich war noch ewig weit weg Yo klasse Die erste Du baust dir eine Welt auf Du gibst dir voll Mühe Und das erste was passiert ist Kommt und wie Ja klasse Wieder alles in die Luft Also der typische Der typische Minecraft Trott ist nicht vorbei Bloß halt Dass ich wieder Frischen Lust Frischen Also ich hab jetzt nicht wenig Lust gehabt Aber Es bringt einfach so mal Wenn man so ein paar Tage nicht spielt So Einfach neuen Mut Dieses Spiel noch einmal Wieder weiter zu spielen Und Neue Ideen zu fassen Was man denn tun könnte Und ich seh gerade Er hat sich ein Baum verabschiedet Das war ja sogar Oh Und schön Es bringt allerdings keinen neuen Mut Wenn ich sehe Dass mein Zaun kaputt ist Und ich nicht mehr genug Zeug habe Auch das kann man Ändern So Machen wir hier mal Flip Huch Wenn ich jetzt da zauber wieder ganz Oh Oh Gott Ich mag gleich mal hier ein bisschen Busch holen Und auch hier ein bisschen Busch holen Hm Natürlich jetzt ein bisschen doof hier ne Man nennt das auch suboptimal Ja Komm hier wir setzen mir mal ein Einschalt Erste Explosion Explosion Erster Creeple Ist die Platz jetzt eigentlich weg? Nach dem Neustart Bäh Deutsch nicht korrekt Ist immer so schwer Wenn man ein Mikro vor der Presse hat Der Welt Puh So Ja Dann sind wir jetzt hier Habe ich die Platte? Habe ich nicht War klar Äh Sind wir jetzt hier Und ich lege mal ganz kurz Habe ich jetzt was zu essen dabei? Sind alle roh oder? Frohes Hühnchen Und ich bin nicht vergiftet Eier Und Eier So Ja gehen wir mal hier Wie hab ich die Tür vergessen? Ich war etwas schusselig Und hier habe ich die Blumen vergessen Äh Ja Ich habe eine Blume dabei Ja So Jetzt bräuchte ich aber Einen Habe ich hier oben jetzt wenigstens Ein Workbench hingestellt Ich habe alles vergessen Ich habe alles vergessen Wirklich alles Aber hier oben finde ich es zum Beispiel Jetzt gemütlicher als vorher Hier liegt keine Lichter Keine Workbench Keine Blumen Oh mein Gott Das habe ich nur getan Äh Ja Dann Ich mache es in der Workbench hier Was wollte ich denn gerade machen? Ich wollte eine Kiste craften Als Holz das ich ihn nicht habe Stipp 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 Okay Und zwar werden wir uns jetzt auf eine Reise begeben Denn wir haben ja nichts mehr Wir sind ja völlig out of order Ich habe überlegt ob ich eigentlich Auch keine Kohle mehr Ich gucke mal ganz kurz in die Box rein Aber ich glaube wir müssen echt noch reisen gehen Ich habe ja überlegt ob ich eventuell Wünsche nächstes rennen kann wieder Ich habe überlegt ob ich eventuell wenigsten ist Am Palazzo jetzt weiterbau am Wolken Also ich sage ich auch schon mal Das ist kein Palazzo Das ist nicht von Kronen Nein Coole Bilder Ob ich eventuell jetzt oben an unserem Wolken Schlösschen weiterbau oder Aber das ist ja Oh ich habe keine Kohle Scheiße Das machen wir ja jetzt Ha 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 So Haben wir Ah das ist jetzt super optimal Jetzt habe ich die Eisenblöcke ja noch hier Jetzt habe ich das ganze Eisen noch hier Obwohl ich die Dings schon gebaut habe Ich weiß nicht was ich damit jetzt machen soll Jetzt doof ne Ich möchte jetzt nicht verwenden weil ich habe ja die Pyramide schon gebastelt Mach mal so ihr entscheidet was mit dem Eisen hier drinnen passiert Ihr entscheidet ob wir das behalten oder ob ich es per Game Mode 1 Ob ich das wegschmeißen soll oder ob ich es einfach so wegschmeißen soll ist auch egal Aber ihr entscheidet das und ich wollte zu einem Ofen Da habe ich gerade eine SMS gekriegt Die könnte wichtig sein Deswegen muss ich da mal ganz kurz rangehen Wo ist der Ofen? So Moment Lassen wir zum Ofen Und während das Fleisch spruzelt Och siehst du so mal ausgenommen Während das Fleisch spruzelt gehe ich mal ganz kurz ran Ähm Das ist jetzt so Für den ersten Ist ja sowieso eine Erklärungsfolge So War wirklich wichtig War mein Chef Okay gut So Gut dann kannst jetzt weiter gehen Und zwar werden wir jetzt einfach mal auf eine große Reise gehen Wir werden Zeug sammeln und suchen Und Wir haben ja jetzt wirklich nichts mehr aus der neuen Welt Wir haben einfach gar nichts mehr Ich habe eine Eisenrüstung Die ist ganz okay Wir haben alles ein bisschen verändert Und ich würde einfach gerne noch bis Folge 600 Würde ich noch ein bisschen Ähm Würde ich noch irgendwas machen In der Welt halt ein bisschen schauen In der Folge 600 geht es dann halt noch 100 Folgen weiter Hier in der Gegend Dann machen wir noch 100 Folgen Oder wir gehen zum Palazzo jetzt Wir bauen den Palazzo noch weiter Oder wir bauen den am Ende Weiß es noch nicht Werden wir jetzt sehen Und wenn wir das gemacht haben Ich hau mal hier draußen irgendwas ab Wenn wir das gemacht haben Wird es dann In Richtung der alten Region wieder gehen Wir wissen ja Wir bleiben immer 300 Folgen in der Region Dann gehen wir wieder 100 Folgen in die andere Region Diesmal machen wir noch ganz gechillt Da ist ja noch nichts mit Stress oder so Wir werden einfach hingehen Ohne so ein großes Hackmack Oder vielleicht mache ich doch wieder einen Film Was wollt ihr denn? Schreibt es einfach in die Kommentare Bauen wir da ja hin Schreibt es einfach in die Kommentare Was ihr gerne wollt Unsere Ever Sachen sind weg Nein Och man Wir haben